Johnny Otten Erwischte das Leder Und erwischte auch Dass Sarjev auf dem falschen Fuß Versetzt die 4 zu 1 Führen die Bremer Und das bedeutet im Augenblick Verlängerung Noch einmal Ein herrliches Tor von Gunnar Sauer Trotz Behinderung Tja, da hatten wir Die Bremer schon fast aufgegeben Sie selbst sich aber Keineswegs, sie haben zurückgeschlagen Sie haben gekontert Und sie haben das so wichtige Vierte Tor gemacht, aber jetzt aufpassen